Das ist die Dachsanalyse für Montag, den 7.9.2020 und das wird schon interessant, wie die Jungs hier, sag ich mal, die neue Woche angeschoben bekommen. Vielleicht nicht unbedingt so im Fokus auf den Montag. Dienstag dürfte wichtiger werden, dadurch, dass die Amerikaner einfach Montag jetzt hier Feiertag haben. Da passiert in der Regel nicht viel, aber wir haben schon ein deutlich verändertes Bild einfach auch im Markt. Das muss man ganz eindeutig so sagen oder auch ganz klar so formulieren. Wir haben unheimlich viel Nervosität drin, wir haben eine deutlich erhöhte Volatilität auch. Wir haben, glaube ich, zum Freitag alleine in den ersten 70, 80 Minuten fast 300 Punkte im DAX abgelaufen. Hin und zurück, am Vortag diese riesen Klatsche nach unten, davor oben raus. Das hebt sich deutlich von dem, was wir vorher hatten. Das war alles ein bisschen ruhiger gewesen, das war alles mehr ein bisschen Geschiebe. Da kann man punktuell mal so ein bisschen auf einen Tag ein bisschen Stimmung. Momentan ist es schon deutlich angespannter. Da merkt man auch ein bisschen, dass im September doch die einen oder anderen vielleicht Gewinne nehmen. Andere jetzt diese kurzen Rückstände dann aber auch nutzen, um ihre vielleicht viel zu hohen Cashreserven dann doch noch abzubauen. Einfach weil sie sich sagen, ich glaube eher, dass der Markt nicht tief korrigiert im September. Möchte daher lieber hier bei, keine Ahnung, minus 5, minus 10 Prozent irgendwo schon reingreifen, als dann nach dem September später wieder höher zugreifen zu müssen. Also man merkt auf jeden Fall, dass da gewisse Umschichtungen stattfinden, dass auch größere Positionen halt gelöst und getragen werden. Und das sorgt natürlich für mehr Bewegung, für mehr Unruhe. Wir haben jetzt in der ersten Instanz erstmal den Kanal hier unten, nach unten versucht zu verlassen. Der DAX hat den ersten Short-Trigger damit umgeschlagen gekriegt bei 12.900, ist auf den Unterstützungsbereich um den Gap-Klos gefallen, hat den verteidigt. Also den hat er auch sehr markant verteidigt, direkt eine fette Konterkerze in kleinen Zeiteinheiten daneben gestellt und hat das dann erstmal gehalten. Über den ganzen Tag eigentlich auch. Hinten raus hat es dann ein bisschen hochgezogen. Die Amerikaner waren da recht gut, waren da recht optimistisch reingestartet. Ähm, jetzt haben wir die Sache mit dem Feiertag zum Montag. Ähm, wir haben Dienstag. Dienstag macht gern so ein Turnaround. Ich könnte mir daher schon fast vorstellen, dass wir vielleicht etwas schwächer rein starten. Uns dann aber so Stück für Stück ein bisschen weiter nach oben schieben und hier nochmal an der Keilkante hochsteigen. Äh, nicht Keilkante, Entschuldigung. An dem, an dem, an dem Channel einfach ein bisschen hochsteigen. Vielleicht versuchen hier noch so ein, ähm, letztendlich, ja, eine Korrekturbewegung von der Abwärtsbewegung reinzubauen. Das könnte dann ungefähr so aussehen, dass sich der Markt dann durchaus von hier auch nochmal versucht, so in den Bereich hier drüben reinzuarbeiten. In den Bereich um 13.175, vielleicht sogar in den Bereich um 13.200. Ähm, das wäre, das wäre jetzt nicht untypisch, um von dort dann gegebenenfalls nochmal einen Ausbruch zu riskieren. Ansonsten bleibt oben drüber weiter die 3.20 auch super wichtig. Wenn es den Dach zum Beispiel direkt bei Aufwärtsgebrauch schlägt, ähm, dann wird er auch in den Bereich hier oben reagieren. Das glaube ich schon, so 1.75, 200, das ist interessant. Und darüber dann aber auch, ähm, hier halt ordentlich was auf die 12.00. Also wenn er zum Montag gut raus startet. Und zum Montag gut raus startet, das hat er ja die letzten Wochen immer mal, außer letzte Woche. Letzte Woche war gleich der erste Tag, wo wir gesagt haben, ähm, Mensch, äh, irgendwie was anderes gewesen. Wo war das hier? Das war der Montag, ne? Das war die erste Wocheneröffnung, das erste Mal seit mehreren Wochen, dass der Markt zum Montag negativ war, ne? Er ist früh kurz nach oben gezogen und dann nach unten weggekleidet worden. Ähm, das haben wir die ganzen Wochen letztendlich nicht so gesehen. Und wir haben die Woche tatsächlich auch mal tiefer geschlossen. Ne, das ist jetzt die erste, äh, es ist, man muss sogar sagen, es ist eine Umkehrkerze im Wochenchart. Und das auch bei ganz vielen Einzelaktien, ähm, bei anderen Indizes. Das ist schon, wir haben schon unten Risiko diese Woche, das muss man ganz klar sagen. Ob das zum Montag schon so tragend werden kann, mit dem US-Feiertag wahrscheinlich eher nicht. Ähm, auch wenn man es auf dem Radar haben sollte. Und insbesondere unter der 13.000 halt, ähm, insbesondere unter 12.900 muss man schon punktuell mit einer Annäherung an, ich sag mal 12.640, 12.700 muss man schon nochmal rechnen. Also auch, dass das Tief dann untergraben wird. Ja, da muss man ein bisschen auf, äh, wie, wie man die letzten Tage immer wieder gesagt hat, ein bisschen auf Sicht fahren halt, ne? Wenn der Markt hier zur Schwäche neigt, ähm, hat er deutlich nach unten Auslaufpotenzial. Und das, das wirklich, wirklich auch größere halt, ne? Man kann dann hier unten auch mehr Bewegung rauslösen. Sie sehen das hier, das ist eine gute Unterstützung um die 6.40 rum. Wenn das dann da nicht hält, halt hier der Bereich, ich sag mal um 12.600, ähm, dann klappen halt nach unten auch ganz neue Dimensionen dann auf halt, ne? Also das, das, das wird dann auch immer schneller da unten in dem Markt. Das ist ja letztendlich wie in jedem Trend, wo eine Beschleunigung irgendwann dann einfach einsetzen kann. Also, das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, ähm, das ist mir jetzt wichtig. Zum Montag erwarte ich nicht ganz so viel einfach, ähm, feiertagsbedingt. Können wir vorstellen, dass wir halt einmal bloß so ein bisschen rumhampeln und wieder zurechtgeschoben werden. So ein bisschen, ähm, so nach dem Motto, ich versuch's mal unten, ich versuch's mal oben. Ach nee, ich stelle fest, die Amerikaner sind heute nicht da, also lass ich's einfach. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen zum Montag halt. Dass man einfach nochmal einen Doji daneben setzt, ähm, die 13.000 vielleicht nochmal anspielt. Vielleicht auch nochmal versucht, hier oben ein bisschen so drüber zu kommen. Die 13.65 war eine gute Bastion gewesen zum, zum Freitag schon. Ich glaube, wenn er die überwunden bekommt, wenn er sich da rüber etabliert bekommt, bekommt er auch wieder ein bisschen mehr Erholungsspielraum. Gerade so die Bereiche um 13.2.20, 13.3.20 sind schon drin. Und ansonsten wäre meine Erwartungshaltung tatsächlich, dass wir, ähm, aufgrund dieser Umkehrsignale im Wochenchart, ähm, die wir über mehrere Indizes und mehrere Aktien haben und auch mehrere größere Aktien, die halt auch ein bisschen was bewegen können, ähm, vielleicht, also dass wir, dass wir nochmal tiefere Tiefs sehen als zur Vorwoche. Aber das würde ich jetzt einfach aus der Wochenkerze rausnehmen und würde auch denken, ähm, also ich würde denken, dass wir vielleicht erstmal nach oben in die Woche rein eröffnen, dass diese Gefahr ein bisschen aus den Köpfen weicht, dass die Leute das Risiko verkennen und dass er sich dann irgendwann, weiß ich nicht, ich könnte mir vorstellen, am Montag so ein bisschen, hm, zur Seite. Dienstag dann nochmal so ein Hochtippen und dann der typische Turnaround richtig lang runter, ähm, und am Mittwoch dann per Abwärtsskip rein und am Mittwoch komplett noch durchgezogen. Dann halt eine richtig, richtig lange Bewegung rein, äh, und dann sind hier unten schon interessantere Punkte auch drin, na. Das wäre jetzt so meine Erwartungshaltung, von daher erstmal vielleicht einen leicht positiveren Wochenauftakt, ähm, und dann Schwäche herein. Also meine Erwartungshaltung wäre schon, dass wir zum, 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 in der kommenden Woche auch das Tief hier nochmal vielleicht sogar untergraben halt, das würde ich schon, das würde ich schon erwarten jetzt. Ja, von daher können wir eigentlich, müssen wir gucken, unsere Feinchen, die haben, die haben, ja hier, die haben ja 6,20 und 4,85. Also die, die würde ich jetzt erstmal so weit belassen, 6,20, 4,85, 6,20, 6,20, 6,20 haben wir oben, 4,85 haben wir unten, das ist hier unten dann schon, also, das ist, ich glaube, das ist noch okay. Auch wenn ich nach wie vor, ich würde die, also man sollte die Scheine nicht gegen sich großartig laufen lassen halt, ne, ich würde sie wirklich benutzen, um die Bewegung nach oben zu nehmen. Ich würde jetzt mit diesem K.O. hier unten, würde ich mich jetzt nicht reinstellen am, am Früh und sagen, okay, ich, das ist jetzt mein Risiko, was ich bereit bin zu geben und ich nutze den jetzt nach oben. Ich würde den Schein schon abwirken, wenn da zu viel Schwäche reinkommt halt, ne, ähm, dann einfach mal raus. Das sind Schrecken, die sollte man eher versuchen auf der Short-Seite mitzunehmen und nicht auf der Long-Seite. Ähm, aber wenn er dann eine Umkehr bringt, wenn man zum Beispiel sieht, okay, der läuft jetzt hier nochmal auf die 12900, kriegt es halt einfach nicht gebraten, dreht sich wieder nach oben auf, macht eine schöne grüne Stundenkerze, dann wäre das so ein Moment, wo ich dann halt einfach, ähm, den, den entsprechenden Long-K.O. dort kaufen würde, ne, den Carl und dann den Stop-Loss drunter packen würde unter so eine, unter so eine Stundenkerze und dann halt einfach mal probieren würde, wie weit kommt der denn hoch halt, ne, vielleicht hier oben einen Teilverkauf raus, den Rest probieren bis hier, ähm, so würde ich den nutzen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, rein und, äh, der K.O. ist meine Rettung so ungefähr, ne, dafür, dafür ist es nicht da, dafür sind die nicht gedacht, die Scheine. Also so, das ist nicht mein Verständnis von Trading halt, ne, ähm, dass man sicher bloß ein paar Punkte auf der Haben-Seite reinläuft, aber wenn es gegen einen läuft, dann, 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 dann sitzt man das bis zum K.O. aus. Ich glaube, das funktioniert auch grundsätzlich nicht. Ganz egal, ob sie meinen Schein nehmen oder einen, der noch 2.000 Punkte tiefer liegt, der Effekt wird immer der gleiche sein. Irgendwann verlieren sie alles und damit haben sie nichts gekonnt, halt. Deswegen Risikomanagement, da kommt man nicht drumherum. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, ähm, nicht, dass da vielleicht ein Missverständnis entsteht, ähm, warum, wieso, weshalb, äh, die, äh, K.O. ist dort hin, wo sie sind. Ähm, ja, kann ich Ihnen hier noch was mitgeben? Nö. Meine Erwartungshaltung habe ich gesagt, die wichtigen Punkte auch, 13.65. Die 13.000 ist und bleibt wichtig, ähm, und ansonsten unterhalb die 900 wird wichtiger, immer mehr, ähm, auch der Bereich hier um, um das letzte Tief hier, ne, um diese, was ist das, 8, 8.50, da sehen Sie, wie er hier versucht hat, die Close-Kurse da drüber zu halten, also das scheint ihm sehr wichtig zu sein. Vielleicht ist das der mögliche Tiefpunkt 90, ähm, 12.900 bis 12.8.50 und dann nochmal ein Versuch nach oben. Ne, ne, hier oben am Hoch müssen wir ein bisschen aufpassen, ein neues Hoch, wenn das kommt, das reagiert bestimmt nach unten, so spitz wie der hier, so spitz wie die, die erste Erholung hier weggedreht wurde, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Und, ja, Erwartungshaltung geht langsam in Richtung abwärts, ähm, müssen wir mal gucken, wie der Tags-Chart aussieht, aber hier die untere Keilkante halt, ne, das wäre, das wäre schon noch was, was, sag ich mal, möglich und erreichbar ist halt, ne. So, und wenn wir die halt reißen, das sehen Sie dann auch hier aus der Ebene, ähm, das, das, das meinte ich vorhin, dann gehen auch ganz andere Dimensionen auf halt, ne, dann wären die 200-Tage-Linien dann halt spruchreif, ne, im Bereich um 12.200, 12.100, ähm, das denke ich dann schon, hätten dann noch einen super Trend bei 12.450 rum, der da ein bisschen stänkern, zwischenstänkern kann. Ansonsten wäre aber ein Tageskloß unter, ich sag mal, 12.700 schon eher ein Verkaufssignal halt, ne. Ja, gut, ansonsten, was können wir hier noch mitnehmen, grüne Tageskerze über 13.065 sollte man mit Respekt entgegnen, das, ne, also, da muss man schon aufpassen, weil auf den kleinen Zeiteinheiten wirkt es dann wie Erholung und ich schmeiße mich wieder weg, aber von oben raus, also, der hat halt mit dem Tagesschart noch nicht viel gekonnt hier halt, ne, er müsste ja unter das Tief drunter, damit er das unter den Keil mal brechen, aber ich meine, wenn jetzt hier eine grüne Tageskerze dahinter kommt, bis 13.100, 13.65, dann kann der an einem Tag wieder hier hochspringen, 3.60, 4.100, so, und wenn er dann dort nicht wieder weg verprügelt wird, springt er uns auch nochmal hier oben dran. Also, da, hier, so auf der Perspektive muss man sagen, das lange Reversal, was er am Freitag bekommen hat, das hat ihm wieder ein bisschen Chance nach oben ausgeräumt, aber dafür muss auch mehr Stärke jetzt kommen, zum Montag auch, äh, schon eine grüne Kerze über 9, äh, über 13.065, über 13.100, und er würde sich für den Dienstag schon auf der Oberseite ein bisschen Ausreispotenzial aufmachen, ja, also perspektivisch, ich sehe ihn schon, ähm, auch von der erhöhten Volatilität, von der Bewegung, von der Nervosität, die wir gesehen haben, würde ich schon denken, er versucht sich nochmal unten, aber er macht das halt oft so, dass er erstmal in die andere Richtung nochmal kurz ein bisschen antäuscht, bevor er durchzieht, und das wird dann ein schmaler Grat hier, wenn der Montag jetzt grün wird, halt, das wird ein echt schmaler Grat, also, das wäre fast sogar schon typisch für einen Dax, weil er es damit komplizierter macht halt, ne, macht es ja selten einfach, macht es immer schön so, dass alle genug Zweifel haben, dass irgendwas dann doch nicht klappt. Gut, ja, also, ich habe ein relativ klares Bild, dennoch vor Augen, ja, das geht so in die Richtung, die wir hier haben, das wäre meine Erwartungshaltung, vielleicht kurz nach unten dippen, dann, ähm, ausgeprägteren Rücklauf, bis durchaus in den Dienstag rein und zurück, sollte der Markt aber deutlich Schwäche zeigen, sollte der Markt zeigen, puh, hier kommt nichts rein, da will keiner mehr kaufen, dann Short, ja, dann muss, muss man da versuchen, was mit Short mitzunehmen halt, ne, sonst steht er irgendwann zu weit unten und, ähm, dann kommt die Erkenntnis zu spät, das ist einfach so. Ja, mehr kann ich nicht mitgeben, dann würde ich jetzt hier das Video zumachen, Ihnen viel Erfolg zum Wochenauftakt wünschen, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!